Musik Perfekt Einfacher kann man es nicht haben Ich kann einmal kurz die Musik gleich leise machen Und Jörg, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow Und herzlich willkommen bei der Zapfoten Wir wollen ja hier die Inge Musik haben Nee, nee, wollen wir Juhu, der Heil Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir Vormittag ist, na, es ist Mittag Es ist Mittag Ich hoffe, du hast einen wundervollen Start in die Woche So Jetzt schauen Nein Ja, da Jetzt schauen wir doch mal Oh, da sind wir in die vielen, vielen Quests Alles, was mit einem wunderschönen Dorf zu tun hat Weg damit Einfach weg damit Sprech mit Gander für ein Bruchtal Ach ja, ja, wir sind ja ein Bruchtal Ja, das passt doch Weiß man nicht für welche Questreihe das war Aber hey Geil Sehr hoch Sehr schön Viel Dich tagen Luna hat Pizza Lass es dir schmecken, Luna Pizza hätte ich rein theoretisch auch noch im Im Eisfach, aber Nee, ich bin satt Von dem bisschen Kartoffelgratte von gestern Das reicht mehr als Als genug Aber da gibt es dann hier sowieso chinesisch Also passt Passt Hebräu holt nicht Wie viele Ringe sind hier Der andere müsste da oben sein Ja Was hast du eigentlich für eine Quest Warum hatte ich dich nicht angenommen Ach ja, weil sie rot ist Deswegen hatte ich die noch nicht angenommen Keine roten Quest Noch nicht Dasselbe gilt für dich Das holen wir Das holen wir alles nach Wir werden noch oft genug Da Bruchteil kommen So, wo Ist er? Den werde ich doch nie wiederfinden Den Kerl Äh In Bilbo's Zimmer Im Erdgeschoss Das ist die Halle des Feuers Das ist nicht Bilbo's Zimmer Das ist Bilbo's Zimmer Erstmal Lörg Macht das Luna Ein Frodo Hallo Frodo Bilbo's Zimmer 24. Dezember Es ist Weihnachten Warum stört ihr mich? So, einmal vier Blinde Was ist das? Ein Elb namens Nugmildia Schickt euch weswegen Zu mir? Ach, jetzt erinnere ich mich an ihn Ein schlauer Bursche War noch etwas impulsiv Er will also meinen Feuergebräu Wofür denn? Silvus Feuertöpfe? Ein ganzes Lagerfeuer davon? Ich glaube, ich weiß, was der Bursche vorhat Ich habe zufällig nur ein Fläschchen übrig Wo hatte ich es noch gleich? Ah, hier ist es ja Seid mir ja vorsichtig damit Nicht mehr als ein paar Tropfen hört ihr Haltet es vom Lampenöl fern Sonst werdet ihr euch bald ohne Augenbrauen wiederfinden Wenn ihr Glück habt Ach, wer braucht schon Augenbrauen? Der Werner überbewertet So Und mit Bilbo sollen wir sprechen Ist man hier im Zimmer gewesen? Im letzten Heiminghaus im Bruchteil Südwesten Wo ist Bilbo noch mal? War Bilbo in der Halle das Feuer? Ich glaube, oder? Oder war da nur Bingo drin? Ich würde so sagen, dass er da drin ist Ja, ist er Oh, Gott sei Dank Und Bingo ist weg Weil ich meine, Bingo stand dann hier in der Ecke Oh, ihr habt ihn gefunden Wunderbar Wisst ihr, wir hatten den Eingang per Zugfall gefunden Wir hatten dort unser Lager aufgeschlagen Um vor dem Regen und einigen Unberechenbaren Felsbrochen Unterschluft zu finden Ich glaube, die Riesen spielten ja gerade fangen Und sind dann von Bilbissen überfallen worden Also ich glaube kaum, dass die Geschichte in Bilbisdorf besonders aufregend ist Ich will da nie wieder hin Also wirklich nie wieder Diese ganze Unterhaltung über das Bilbisdorf und mein Abenteuer mit Thorin und den Gefährten Hat mir vieles wieder in Erinnerung gerufen Ich frage mich, ob es so viel verlangt wäre Wenn ich euch bete, meine alten Freunde zu besuchen Ich habe gehört, dass sich Dvalin bei Thorinzelle im blauen Gebirge Ja, ich laufe hier so viel zurück nach Thorinzelle Auf Welt und weit weg vom guten alten Auenland Und mein Freund Gläun hat irgendwo im Nebelgebirge sein Ja, Gläun lässt sich vereinbaren Das kriegen wir irgendwie hin Ich frage mich, ob sie irgendwelche Erinnerungen ans Bilbisdorf haben Die ich meinem Buch hinzufügen könnte Würdet ihr sie aufsuchen und das für mich herausfinden? Ich würde gerne selbst gehen Doch ich habe geschworen, keine Reisen mehr zu unternehmen Ja, sei froh Aber ich glaube, den Weg würde Bilbo auch nicht mehr schaffen Zu der Zeit, wo sie ja hier nach Bruchteil kamen Waren sie ja schon, oder war ja schon recht gealtert Das ist ein Nebelgebühren, wo ich mich echt verkohlen Also, äh, Thorinzelle Dacht Ich dachte, da müsste ich nie wieder hin zurück Es ist ein zu langer Weg Viel zu langer Weg Ich will nicht So, und wofür du das Okay Hört sich in deinem Lager nördlich von Bruchteil auf Irgendwer ist ein Verlade von Bingo Boffen geht aber auch noch weiter Komme ich von hier aus an die Naturinzelle? Weitere Abenteuer von Bilbo Boldlin Äh, ihr werdet mir helfen, mit unserem verschwunden Hobbit zu suchen Gut, wirklich Äh, es ist sicherlich nichts, aber wenn es nichts ist Nun, wenn es nichts ist, dann bedeutet es gewiss Ärger Wenn nun keine Es gab keine überraschenden Wendungen bei dieser Mission Okay, was ist das für eine Art Kann man die einfach machen, ohne dass einem jetzt hier irgendwas wird, oder? Was ist das genau? Habt ihr das irgendeiner von euch verraten? Weiß das irgendeiner? Ich bin mir grad, Digger, zu sicher Nicht, dass ich jetzt gleich irgendwo lande, wo ich nicht hin will Ich glaube Na doch, das muss ich ja Hier abschließen Komm Ich weiß nicht, wo ich landen werde Ich mache dir wahrscheinlich umsonst Sorgen Wenn wir Bilbo finden, werden wir herzlich darüber lachen Aber erst dann Deine Stimme ist verdammt leise, Finn Okay Hier entlang Vielleicht hat jemand Bilbo in den letzten paar Minuten gesehen Während wir uns über seine Abwesenheit unterhalten haben Das wäre wirklich ein Lachen wert Na dann Hallo, Elrond Guten Tag, der Herr Sehen aber halt auch alle gleich aus Na, okay Ein kleiner Unterschied ist da Wie man halt überhaupt nicht merkt, dass er mega nervös ist Wie man halt auch nicht merkt, dass er mega nervös ist Oh, die Musik ist so schön Die Musik ist so und was war schön Juh, wir sind fertig Was gibt es? Ihr könnt frei sprechen Auch wenn es dir zögern mag Ihr sagt, Elrond, dass ihr Bilbo Bordian schon seit einiger Zeit nicht mehr im Bruchtag gesehen habt Und euch Gedanken wegen seines Fehlens macht Elrond Runze besorgt die Stirn Ich habe ihn heute noch nicht gesehen Ich komme gerade erst aus meiner Bibliothek Und er geht in letzter Zeit gern im Tal spazieren Vielleicht hat meine Tochter oder ein Name meiner Söhne ihn draußen gesehen Sprecht mit ihnen und mit Glorfinne Äh, mit ihnen und mit Glorfinne Wenn ihr ihm begegnet Vielleicht haben sie Herrn Bordian gesehen Auch Sorgen und die von Selmyr sind unbegründet Naja, wären sie unbegründet Da würden wir uns ja keine Gedanken machen Dann ist der Brücke im Norden Zum letzten Heiligen Haus Sprecht mit Glorfinne im Süden Gut, wir gehen hier einmal querfett ein Ich hoffe, das stört hier niemanden Hallo hier Nachrichten verbreiten sich schnell Ich weiß, wen ihr sucht Mein Bruder ist hineingegangen Um zu sehen, ob Bilbo wieder in der Halle des Feuers eingeschlafen ist Oder bei der Arbeit in seinem Gemäldchen die Zeit vergessen hat Elrond müsste bald zurückkehren Um zu sagen, welche dieser Möglichkeiten Sich als Antwort auf Bilbo's Verschwinden erweist Ah, da kommt er Ah, gut Ja, hi Na, hast du was gefunden? Mein Bruder, niemand hat Bilbo irgendwo gesehen Ja, das ist schlecht Okay Okay, dann haltet ihr mal weiter Ausschau Und wir reden mal kurz mit Glorfinne Okay, das war unheimlich Geist Stimmt es, dass Bilbo Beutling verschwunden ist? Ihr sagt, Glorfinne, dass ihr die Suche noch nicht aufgegeben habt Dass Bilbo vielleicht doch noch irgendwo im Bruchtau auftaucht Der Ellenfürst nickt Wahrlich wird es so sein Aber bedenkt, mit welchem Hobbit wir es hier zu tun haben Bilbo ist anfälliger für den Ruf des Abenteuers Als die meisten seines Volkes Werde mich an der Suche nach ihm beteiligen Das wäre nett Ich hoffe, sie meinen die andere Brücke hier Eigentlich die Brücke im Norden Brücke im Norden wäre da hinten Das ist Norden Ah, wir sind doch richtig gegangen Da oben ist Arwen Ja, das Kleid ist recht hübsch Das, was du auf dem Kopf soll, weiß ich aber nicht Bilbo Beutling Ich habe ihn heute noch nicht gesehen Aber ich war mit meinem Gedanken woanders Am heutigen Tag hätte ich direkt an ihm vorbeilaufen können Ohne ihn zu bemerken Oder vielleicht auch nicht Er ist immer schnell mit einem Gruß und einem Lächeln dabei Wenn sich unsere Wege kreuzen Ich hätte ihn gesehen Ich glaube, auf dem Hügel werdet ihr ihn nicht finden Denn von dort komme ich gerade An kühlen Tagen wie heute sitzt er meist im Haus Und komponiert am Feuer Lieder und Melodien Wenn er ihn nicht drin ist Strafft er vielleicht über die Wege von dem Ladros Und bewundert die Bäume und Blumen Es tut mir leid, dass ich keine Großhilfe bin Vielleicht hat dir jemand anders ihn gesehen Also wieder zurück zu Elrond Die alle diesen Hobbit suchen Gott, ich hoffe, das wird jetzt kein Jahrhundertsakt hier So eine kleine Mini-Instanz Und er hockt einfach irgendwo Und lasst irgendwelche Beeren oder so Nein Seit gestern hat niemand Bilbo Beute im Haus oder im Tal gesehen Manche meines Volkes glauben, dass er vielleicht einen ruhigen, sonnigen Ort gefunden hat An dem er schreiben kann Oder dass er vielleicht irgendwo zwischen den Bäumen eingeschlafen ist Und ausgeruht, erfrischt und verwundert über die Sorge wegen ihm aufwachen wird Aber vielleicht müssen wir auch noch eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen Ihr wisst doch von der geheimen Gruppe, die kürzlich von dem Ladros aufgebrochen ist Im Rat wurde entschieden, dass Bilbo nicht mit dieser Gefährtengruppe aufbrechen solle Aber jetzt frage ich mich, ob etwas zu den Hobbit dazu gebracht haben könnte, ihr zu folgen Ah, okay, die Aragorn und so sind schon weitergezogen dann In dem Punkt, muss ich sagen Weil, ne, warte, hocken sie ja noch im Buch da eigentlich Äh, diese Möglichkeit können wir nicht von der Hand weisen Unser Hobbit ist vielleicht nicht im Vollbesitz seiner Füße oder seines Lichtgefühls Und beide könnten dieser geheimen Gruppe folgen lassen Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ganz außer Acht lassen dürfen wir das nicht Unerfüllt Okay Was mache ich damit jetzt? Ah Also, noch was? Äh, okay Markenweiterer Abenteurer Äh, äh, Markenweiterer Abenteuer Was, was sind das für Marken? Belohnung für alle, die dem Beruf weiterer Abenteurer, äh, Abenteuer folgen Okay, irgendwas zum Tauschen Okay Niemand hat Bilbo seit dem Morgen gesehen Ich versichere, dass wir das Geheimnis inzwischen gelöst haben würden Aber wir haben es nur fertig gebracht, meine Besorgnis zu verdoppeln Ist ihm doch etwas zugestoßen? Ja, hoffen wir mal nicht, ne? Ah, okay Das hier wäre eine wiederholbare Aufgabe Ich verstehe Na, ich glaube, es treibt uns doch öfters nach Bruchtal Mit Mission Was? Weil Mitte Erde können Mission Ach, das sind solche Missionen Ja, Gott Okay Ich verstehe, ich lerne wieder was dazu Oh, man kriegt Aschepartikel der Verzauberung Das ist jetzt die Handwerksmaterialien Die Boni für legendäre Gegenstände Das ist jetzt die Charakter-Boni Okay, wir behalten die Mission auf jeden Fall in der Hinterhand Ich frage mich übrigens, warum ich die Aufgabenpferde erhöht habe Keine gute Idee Ich hätte das Ich hätte das bei Standard lassen sollen Ähm, achso Das würde ich beides mal raus Nichts hin Äh, oder kommen sie automatisch Nee, sie kommen nicht automatisch wieder rein Das ist gut Äh, äh Reliktfragmente zu Glorien Gehe im Bruchteil Bringt die Zwergen Gurtbaren zu lauer Scharfschärmen Okay Okay Komm, nehmen wir hier unseren Elch Ich bin mir jetzt schon länger nicht mehr, glaube ich Lass mich vorbei Was? Alter, was gibt es denn hier alles für Quests noch? Äh, immer vorwärts Sei stets Begegnung Neue Herausforderung anzusehen Und das ist die Neu-Saison Und das ist die Neu-Saison-Unterlösung Ich muss ihn lernen Reise ich da quasi wieder zurück, oder was? Blickt in den Spiegel Und durchblickt diese Erfahrung noch einmal Eine wiederholbare Aufgabe, die ihr noch nie erfüllt habt Ähm, okay Dann lassen wir das auf jeden Fall erst einmal Wir merken sie uns aber Würde ich einfach mal behaupten Ich vergesse das eh Da könnt ihr Brief und Siegel drauf geben, dass ich das vergessen werde Äh, ihr habt tatsächlich Reliktfragmente bei der Schnee... bei den Schneelauerern gefunden? Ich kann es kaum glauben Ich hätte vermutet, dass sich solche Fragmente in den Beinen der Schneelauer verfangen würden Doch habe ich das selbst noch nie beobachten können Nach eurer Bemühungen ist meine These bestätigt worden Es freut mich auch, dass ihr die alten Fragmente gefunden und mitgebracht habt Doch daran besteht kein Mangel in Latris Vielmehr freue ich mich darüber, dass meine These korrekt war Ich danke euch Hört meine Worte Ähm, Delorus Okay Sobald Meister Delorus hört, dass ich recht hatte Äh, recht damit hatte, dass sich Scherben und andere Relikte in den wurzelähnlichen Beinen Das Schneelauerer des Nebelgebirges verfangen können Wird er mir sicher interessante Aufgaben zuweisen Bringt diese Reliktfragmente zu ihm und sagt ihm, woher ihr sie habt Vielleicht schickt er euch ja mit einer Einladung zu mir zurück Die kostbaren Artefakte zu untersuchen, die in dem Ladris aufbewahrt werden Ich kann es kaum erwarten, sie mit eigenen Augen studieren zu können Er findet Meister Delorus in der Bibliothek von Aerons Haus Dort ist er immer anzutreffen, tiefen Gedanken versunken Äh, woanders gibt es hier jetzt aber gerade keine Questen Ich frag mich halt, was ist das denn? Ähm Ach, das ist, äh, noch oben im Nebelgebirge wahrscheinlich Okay Hätten wir das auch Wo ist das denn? Ich glaub, es wird uns echt immer wieder nach Bruchteil ziehen Allgemein so büßt das Questlog aufruf, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Dann machen wir ja zwei Wochen, nehm ich bitte Bilbesdorf weiter Habe ich nicht gesagt Ich glaub, freiwillig kriegen wir doch keine zehn Pferde rein Was kann ich für euch tun? Bibliothek war oben, glaub ich, oder? War die oben? Aerons Bibliothek, ja, sie war oben Die Bibliothek finde ich aber echt wunderschön Ach, das ist immer noch Buch 6 Ja, Buch 6 will ich noch nicht Ich will erst mal Buch 5 fertig machen So, wo ist der andere Fregel? Da hinten Was kann ich für euch tun? Ihr habt diese Reliktfragmente Schneelauerern im Nebelgebirge abgenommen? Das ist sehr interessant Und Glorin Glea Ist dafür zu loben, dass sie es für Möglichkeiten hat Mit einem Schlag sind die Bergplätze für Reisende sicher geworden Und wir können Sorgen, dass wir unsere Geschichte Für weitere Studien sammeln Lobenswerte Leistungen Dennoch möchte ich eine Frage An euch richten Hat Glorin Glea diese Fragmente untersucht Bevor sie euch zu mir entsandt hat? Also nicht wie ich vermutet hatte Dies ist schon immer ihre größte Schwäche gewesen Und es ist auch der Grund, warum ich mich weigere Ihr Zugang zu den interessantesten Artefakten zu geben Die hier aufbewahrt werden Junglea ist es wichtiger Mit ihren Funden anzugeben Und ihre Leistung zu feiern Als die gefundenen Stücke auch wirklich zu untersuchen Aus ihr wird nie eine wahre Gelehrte werden Bis sie lernt, über die Geschichte der Stücke Nachzudenken Und die Fetzen zu lernen Die Stümmel Mach weiter so Bleib wie du bist Und vor allem bleib gesund Bist eine 1A-Frau Hi Britt Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir Vielen, vielen lieben Dank Für deinen Reset Im neunten Monat Hi Britt Du kriegst aus Twitch, Baby Glückwunsch zum Kind Und vielen, vielen lieben Dank Hast du dich von der letzten Nacht gut erholt Wie war das Super Bowl Und jetzt freue ich neue Ohren Wegen der Computerstimme Oder wegen dem Schokobuss Beides Ich weiß noch nicht Irgendwie ist die Computerstimme halt am Band gestillt So übel schnell Und stölpert dann über die Worte Aber ich dachte Es ist halt angenehmer Wenn man Reset macht Dass die Leute dann Also dass die Stimme dann halt selbst verließ Das ist halt für mich entspannter Dann Oh, hier würde ich nur noch zu sein Wusste ich nicht Ja, ich bin faul Ich weiß Aber der Schokobuss Song ist immer noch geil Schade, dass Luna ein Lörk ist Der hat sich dann mega drüber gefolgt, glaube ich Hm Urwurm 3.0 Die letzte Nacht war geil Amt mit 23 zu 20 gewonnen Und war ich mal wieder spannend Das freut mich Ich hab zwar keine Ahnung von dem Graben Aber freut mich Ich lag danach, glaube ich, nur noch Also nach dem Stream lag ich, glaube ich, noch eine ganze Weile wach Und überhaupt nie einschlafen Ich glaube, ich habe insgesamt nur vier Stunden wieder geschlafen Dann Die Futter und Wurte Aber die Bürger haben mich gekippt Ist das nicht immer so? Ist zum Beispiel bei mir Ich gucke ja jedes Jahr Im Dezember Gibt's ja von den Von einigen großen Streamern Wie zum Beispiel Pizza, Meat, Kronk und so weiter Gibt's ja Friendly Fire Und ich habe jedes Mal so Unmengen an Essen Jedes Mal Und ich esse nur die Hälfte Wenn überhaupt davon Weil mich einfach eigentlich So die Hauptspeise Mich auch jedes Mal so killt Dass ich mir denke Alter Ich kriege nichts mehr runter Und das bei zwölf Stunden Die dann ja da am Stream sind Wo ich mir auch immer so denke Alter Du musst doch in der Zeit Doch irgendwie Hunger kriegen Aber du hast doch noch keinen Hunger mehr Dann liegst du einfach nur noch im Fresskoma Auf dem Sofa Und bist froh Dass du dich nicht mehr bewegen musst War so gar nicht mehr bewegen Die Lurgenlie hat nicht verstanden Wie wichtig diese Fragmente sind Ich hingegen schon Dies sind Splitter einer Vase Die einst prächtig Äh Eins prächtig gewesen sein muss Vor langer Zeit Wo sie sie von einem Fürsten der Elder Geschaffen Wenn ihr mehr Äh Wenn ihr mehr Basenfragmente finden würdet Könnte ich sie vielleicht rekonstruieren Ihre einzige Schönheit Mag sie durch Unachtsamkeit Oder Absicht verloren haben Doch die Geschichte Gibt uns eine Gewissheit Auch wenn Äh Wenn etwas erbrochen ist Kann seine Schönheit Durch Sorgfalt Und guten Willen Wieder in alter Pracht erstrahlen Kehr zum Brühen Quell zurück Und durchsucht die Schneewehen Nach weiteren Fragmenten Die übrigen Teile So ein Gewiss sehr zerschlagen Ob man sie selber Aus den Schneewehen holt Oder euch auf Gloniers Schneelauer Verlasst Belasse ich euch Bedankt Bedenkt jedoch Dass die Chancen Weitere Fragmente zu finden Ziemlich gering sein werden Er wollte noch Broschette machen Er hatte noch Pommes Und Mozzarella Steak Chips Und Gummibärchen Lauter geiles Zeug Alles noch da Halbett Schmeiß rüber damit Ich hab da auch Bock drauf Die Burger Und ein paar Mini-Schnitzel Geschafft Also ich mach's mir Mittlerweile Setze ich mir so den Plan Ich mach einfach nur noch Kleine Sachen zum Essen Weil du schaffst Wenn du die Großen schaffst Schaffst du die ganzen Kleinen Sachen nicht mehr Dann hätte ich lieber Die ganzen Kleinen Sachen Und erst lieber Nichts Großes Also Nichts Größeres Jetzt lass ich dann Dahinter sitzt Und denke Oh scheiße Ja hätte ich man Wollte ich jetzt Nimm ich immer Oder versuch ich zumindest Wird eh nicht klappen Nimm uns meine Ey Teile mit deiner Schwester Teile Lerne zu teilen Ich will auch Ich würde übrigens auch Mit dir teilen Ja das Bild hab ich gesehen Das Bild hab ich gesehen Heute Morgen So Das nehm ich nicht Denn Warum bin ich so blöd Und spring da runter Ich weiß es selber nicht Die Tür ist nämlich hier oben Ähm Arsch So ich glaube Jetzt können wir erst mal Bruchteil wieder verlassen Weißt du Ich will aber hier auch Mein Kätzchen wieder rufen Berries Und Den Hirsch Weil da steht Ich Aber ich finde es ist ein Hirsch Und das andere ist ein Ich Aber naja So viele Quests Ich irgendwann noch Annehmen werde Aber das andere Sind 50er Quests Ich mag es nicht Rote Quests In meinem Questblock zu haben Irgendwie trickert mich das Das trickert mich ganz gemein Nein Ja lang Das ist ein Hirsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020